. . . . . . . . Und damit willkommen zu einer neuen Folge Song korrekt oder weg, dem Songquiz mit Tisch. Und das sind unsere Gäste. Was geht ab? Ab die Süd abgebrüht, Schicki sein Vater. Mama! . Was geht ab? Cello 385. Nicht schuldig. . Ich bin Benni und meine Mütenszeitform ist das Plusquam perfekt. Und heute geht's wieder um die goldene Ananas auf der goldenen Tischplatte. Bewerben. Wie geht's in 06 9? Alles da bei euch? 06 9 hat alles. Ja? Was geht mein Best-Gruppi? Habt ihr die Stadt im Griff? Hermano, immer doch mein Ichle-Buder. Die Stadt hat uns im Griff. . . . Lady Gaga Pokerface. . . . . . Die haben's für dich gemacht, Alter. Krass, krass. Korrekt, korrekt. Aber dass ich mir keinen Fehler erlaube. The Notorious B.I.G. Hypnotize. Yo! Ah! Scheiße, Alter. Boah, was hier, das stinkt, Alter. Wenn selbst ein Kind nicht mehr läuft wie ein Kind. Nino do Angelo, Jenseits von Eden. Richtig. Boah! Scheiße! Das ist aber ein krasser Text, gell? Ja, schuldig. Stopp, ach so. Danke, danke, korrekt. Auf jeden Fall. Es handelt sich um folgenden Artisten. 50 Cent mit dem Titel In the Club. Korrekt. Wackenummer. So, das war jetzt die erste Runde. Die zweite Runde wird jetzt umgekehrt sein. Wie Klingschlager. Genau. Das ist nicht so einfach. Die Atzen-Disco-Pogo. Das ist ja selbst neu. Boah, wer singt der? Ich weiß es. Yo! Verdammt, ich lieb dich. Verdammt, ich lieb dich von ... Matthias Reim. Yo! Scheiße, Alter! Scheiße, das ... So. Cindy Cooper. Looper. Mit Girls Wanna Have Fun. Nein, Cindy Lauper. Just Wanna Have Fun. Hab ich doch gesagt, Lauper. Ah, richtig. Ja! Hey, Marok, hey! Der. So, Randa. Wie kommt der? Ich glaub, ich hab den Nütsch gehabt. Ah! Medizin! Weiter! Ewa! Ewa! Meine Nachbarin! Ewa! 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 Du Scheiße! Nein! Ihr habt es vorgegeben, irgendwas. Nein! Der mag einfach Trash, Bruder. Mehr nicht! Das ist dein. Macht's aber. Das sind viele Songs. Aber welcher ist das? Ihr habt eine Scheißstelle gezeigt. Ja, das ist eine Scheißstelle. Sehr unverwallert. Wer singt das? DJ Bobo. Wie heißt der Song? Let's have a party. Nein! There's a party, oder? Where's the party? There's a party! Sorry, Blatt. Egal. Sorry, Blatt. Sorry, Blatt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Du hast es schlecht gesagt. Oh, wow. Komm noch rein, dann nennst du die Runde vorbei. Warte, ich kotze gleich, Alter. Nein! So? Geh mal weg von mir bitte jetzt, Madame. Weiter! Warte, ich muss weiter. Oh, das ist schwer. Ist das Original, oder ist das das? Ness und Dorma? Bravo! Ey, der ist unheimlich. Paul Potts! Yo! Das ist gut. Das ist gut. Ich trink vorher jetzt, Alter, weil das ist Trick. So ein Wahnsinn, warum schickst du mich in die Halle? Jehendem, Jehendem, Jehendem! Westerland. Fein! Kein Zander! Kein Zandermann! Wolfgang Petry! Volle Petry! Du warst aber eh schon weg, Bruder! Was ist schon weg? Was ist für dich? Lecker! Da hat die ne Schnöte gehabt, glaub ich. Komm! Jetzt kriegst du! Weiter! Ja, ich sprech nicht jure Sprache, doch ich habe ihn verstanden. Hol mir Friesen, Scherbes Bier und dazu eine China-Pfanne. Friesenjung, Joost, Chiago. Richtig. Und Otto Walkes. Der war auf den letzten Metern. Vor der Tür stehen rund tausend Mann. Bitches gibt kein Kurs auf. Das Thema hatten wir. So, jetzt. Ich grüße meinen Bruder, meinen edlen Bruder Summer Jam. Und der edelte Song nennt sich Tamam Tamam. Das war nicht richtig. What up? Yeah, I'm getting money, oh. I'm getting it up. Money Boy. Wie heißt der Scheiß-Song? Ich weiß es. Drei. Zwei. Zweck! Falsch! Nein! Dreh den Zweck auf! Richtig. Ja, Randa. Das ist krass angehört, ich habe es lange nicht mehr gehört. Der Witz hat geile durch. Hört ihr ja Money Boy? Ist ja gut. Jetzt nichts aktuelles, aber zu der Zeit der Nächte. Du bist mein Stern! Ich weiß das. Mit denen haben wir ein Feature, Tag und Nacht. Songtitel. Du bist mein Stern. Einen Stern. Mein Stern! Einen Stern! Mein Stern! Ey, das ist nicht korrekt, Alter. Mein Stern! Ich hab noch Feature mit dem. Chilo habt ihr Alman Tag und Nacht. Jawoll. Aber war das nicht Lex Aldi? Nein, Lex Aldi ist anderem. Ich hab's immer verwechselt. Lex Aldi war Bilder von dir. Ja, das stimmt! Über alle Zeit. Was macht der eigentlich, Lex Aldi? Wie soll er denn singen? Warum hat er seine Karriere beendet? Hat er nicht, neues Album. Boah, mein Stern, aber du bist mein Stern, das ist schon hart. Ja, das ist die Regel. Wir sind hier hart. Das hast du auch schön gesagt. Hast du auch schön gesagt, Alter. Deswegen liebe ich Alman. Ja. So, du hast noch einige ... Wenn und aber okay gesagt. Ey, was zieht denn mit solchen Lust, Jungs, alle schon wieder? Ja, ich bin heute gut drauf. Freut mich, freut mich. Mal gucken. Sehr gut. Komm, komm, lass die Welt her schreien. Du hast nur Scheißmusik. Wollah, ja. Kerstin Ott. Boah, besser kennt das. Hallo, Welt! Kennt diese Kerstin Ott. Ja, Leute. Trink, warte, ich weiß es! Ich weiß es! War's, ey. Kannst du nicht wissen, wenn du das weißt. Trink zwei. Ähm ... Okay, scheiß drauf, ich hab's ja gemacht. Das wär's. Regenbogenfach. Okay, das meint ich nicht. Weiter. Brilli, bitte kommen Sie, helfe. Ich vermisse deine Mate, der mich zahle. Aber wie heißt das? Ich sag das hier. Äh, Grobteckern, wo bist du mein Sonnenlicht? Boah! Stark! Sie ist schöner, jünger, geiler. Das heißt Leila. Leila? Von ... Schürze. Mhm. Und ... Ekylfgold. DJ Robin! Was für Krieg! DJ Robin! DJ Robin! Warte, schon mal einen Ballermann? Ja. Echt? Auf Privat oder auf dem Dreh? Privat. Wie war's für euch? Ich war Milchtern. Milchtern, wieso das denn? Ich trink keinen Alkohol. Und ... Ah, jetzt krieg ich's ab. Nein, ey! Hadjö. Das kannst du wissen. Hadjö. Äh ... Bonnie M. Daddy Cool. Einen. Johoi! Boah, stark! Yeah, da kamen meine Eltern nach Deutschland. Mal schauen. Ich weiß es. Ich weiß es. Die Band heißt Tattoo. Falsch. Ah, doch, richtig. Und es ist ein Song, den ich nicht aussprechen kann. Ich probier's. All the ... Things ... She ... said. Ey! Ey! Du bist doppelte Krieron! Kommt mal aus Russland, ne? Wir sind die Kursen, wenn wir kursen, wenn wir durch die City böse ... Massive Töne cruisen. Boah, massive Töne? Krass. Auf dem Album. Massive Tunings hatten die doch. Der ist nicht einfacher. Harry Styles. Waterman Sugar. Nein. Trink! Oh! Nein! Ist der dritte, er? Ist der dritte? Du bist raus! Ja. So. Boah. Wir sind ja noch drin. Ah! Ah! Tschüss, Freunde, ich geh mal weg. Ich glaub, der fliegt immer als Erstes raus. Zwei oder ein? Ich hab noch zwei Leben. It's my life. Bon Jovi. It's my life. Was sagst du? My life. Von? John Bon Jovi. Das hättest du nicht geschafft. Oh, das weißt du. Celine Dion. All by myself. Boom! Machina, Machina. Du bist Machina. Boah! Boah! Richtige Fox-Studio-Lied geben sie. Eric Price, Call on Me. Boah! Stark! Geisteskrank! Ey! Meister! Ein Schock drüber hat so ein Kerl sein Studio errappt und macht Tracks auf die Beats von Coolio. Siegdu erst mal? Ja. Siggi. Junge Siggi. Junge Siggi. Ähm ... Und mit dem Track mein Blog. Mein Blog. Schönen Grüße an Sido. Viele Grüße. Ich weiß das nicht ganz. Scheiße. Jetzt hab ich als Kind gehört. Er gehört zu mir, in Klammern, wie mein Name an der Tür. Boah, in Klammern! Und Marianne Rosenberg. Boah, in Klammern! Du bist Motherfucker, ja. Du bist Motherfucker, ja. Eigentlich ... Super, die haben sie gemacht. Da ist es Avinci. Hadouk. Avinci. Falls ... Ja, dann weiter. Ich vergiss. Ozone, ne? Ozone! 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 Der letzte Drink, dann bist du raus. Verabschiede dich an deine Kamera. Howard. Wie ... Zwei Leben gegen ein Leben? Celo und ich stehen im großen Finale! Welches Serienintro ist das? Maybe all my life I will be driving home. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Das ist der King of Queens. Sehst du? King of Queens, eine der besten Serien für mich. Jetzt krieg ich eins, das du nicht erraten hättest, aber ich erraten muss. Ich hab Brüsch, die Chance seit zwei Tagen darauf. Ja, das ist der Mermakana, der alt. Hey! Das hat mich auch hart geschreddert. Ich merke, wenn ich das gucke so, das hat mich hart geschreddert. Wie ist das so? Also, ich bin ... Ich bin Gordon Shumway, 100 Prozent. Ganz einfach. Power Rangers, keine Ahnung. Was? Nein, fix mich gerade. Ey, bitte, ey, ich will hier nicht mal mitmachen. Was war das? Kannst du nicht Power Rangers sagen? Kannst du nicht bei diesem Lied Power Rangers sagen? Rüro Buster Rems hat darauf gewöhnt, haben wir noch ... Was war das denn? Generation von Rap baut darauf auf, Alter. Was war das denn? Alter, David Hasselhoff, den Nightwider hier. Nein, nein! Oh Gott. Alter, trink. Trinkst du mal zwei jetzt, ey. Trinkt an! Oh Gott. Oh Gott. Diesen Rapper gibt oder gab es wirklich? Tupac. Nicht mit dieser Aussprache. Oh ja, oh ja. Ich wüsste nicht mehr. Der kann nicht weiter ... Der kann nicht weiter ... Womit ich hier gelandet hab? Ich schwörst dir alle. Tetra Pak. Okay. Eigentlich wüsstest du jetzt eigentlich für Tupac. Eigentlich wüsstest du ja einen trinken, Alter. Jizzes. Jizzes, ja. Aus dem Gruß an Jizzes. Aus dem Gruß an Tupac. Gazo! Iwa! Gazo ist mein Bro. Gazo ist ein super Typ. Den haben wir auch eingeladen, ich hoffe, der kommt. Ich komm extra hierher, nur mit den abhängen und mit dem Kinderblatt gehen danach. Stark. Auf RSQ3. Den gibt es. Apache. Drake. Den gibt es. Futur 2. Gibt es nicht. Das ist ein Album von Buba. Moneyboy. Gibt es. Dr. Dre. Gibt es. Wie lange der überlegt hat? Weil er als Produzent ja bekannt ist. Ja, genau, ja. Deswegen. J.Y. Gibt es. Uäh! Ey, du, als A gibt es 20, wenn die J.Y. heißt ... In England gibt es Pakistana da als J.Y. Ey, warte, ich trink. Wer hat Tupac gesagt? Niki! Der muss mit mir einen auch trinken. Ja, 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 ja. Ich muss aber dazu sagen, hat Robert gesagt, nicht ich. Ja! Robert! Robert, komm her mal! Nee, 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 nee. Der macht den Post. Aber guck mal, der Opfer ist. Ja! Und damit gewinnt Benni die goldene Ananas auf der goldene Tischplatte! Darf ich ihm übergeben? Hältst du einen Glückwunsch bei Hitler? Ich danke dir. Ich danke dir. Ihr beiden seid vom 15. bis 25. Mai auf großer Tour! Ja! Da freuen wir uns sehr drauf. Ja, wir auch. Wir auch. Eure Tour in einem Wort. Motherfucking hustling shit. Äh, up and smoke. Wir gehen jetzt in die goldene Endcard. Oben. Menstruation. Wissen wir zu wenig über den Zyklus? Von die Frage? Bruder, könnt ihr mich hier rausstellen? Und dann! Jetzt erkennst du den Song mit Sharon Abdi in der Tag Team Edition. Checkt's aus!